Hallo liebe Freunde, hier ist wieder euer Anubis von der Replay Combat Charm Community. Wir sind hier an Stand von der GameForce, den Forged. Und wir haben mit der netten Dame hier jetzt in seinem Interview zu einem wahrscheinlich großen Freundspiel-Highlight, der sich right aus nennt. Okay, dann werden die Frauen allererste Frage, was ist denn überhaupt ein Lastpassung? Raiders ist eine Action-MMO, also das Multiplayer-Online-Spiel, das auf Action basiert. Das heißt, man hat nicht dieses übliche, was man im MMO hat, man klickt irgendwas an und baut so lange brauchen, dass es umfällt, das hat man selber, sondern man hat ein Fadenkreuz und muss selber zielen, wenn man den Gegner bewegen möchte. Dazu kommt, dass man aktiv ausweichen muss. Wenn zum Beispiel unser erster Boss, auf dem man trifft, Mad Bellinus, ein großer Steinminotaur, der eine fiese Säule schwingt, ankommt, dann muss man sich entsprechend ducken und wegrollen, sonst kriegt man dazu voll. Das hört sich ja schon mal gut an. Zum Gameplay, ja. Ist das mehr so wie das bekannte Gameplay von den Rollenspielen wie bei World of Warcraft, oder ist das eben halt versucht, etwas total Individuelles zu machen? Also zum einen unterscheidet sich das Gameplay schon mal dadurch, dass man eben aktiv sein muss. Man muss aufsack sein, man muss mit seinen Reflexen, seinen Reflexen vertrauen, um eben schon mal weniger Schaden zu fressen. Zum anderen können wir unsere Charaktere sehr gut individualisieren. Wir haben vier Styles im Moment. Berserker, den Defender, den Magier und den Kleriker. Da sucht man sich einen am Anfang aus und den behält man dann bald die ersten 10 Level. Danach kann man sich umgucken und schauen, was hätte ich denn noch gerne auf den anderen Styles. Unsere Skills sind nicht auf den gewählten Style-Fix hier, sondern auf die Waffe. Wechsle ich die Waffe, habe ich Zugang zu anderen. Die muss man natürlich auch mitleveln während das Spiel. Aber man kann sich zum Beispiel ein Schild und ein Schwert in die Hand nehmen. Dazu hat man Zugang zu den Magier-Skills sowie zu den Defender-Skills. Und kann sich sein Vollplatz-Pank der Fire-Welle-Wort bauen. Okay, das hört sich schon mal ziemlich gut an. Ich würde sagen, was ich so in dem Sinne noch nicht wirklich gehört habe. Versprechen Sie mich denn für die Zukunft dieses Spielsweiter? Wann ist das jetzt ein Spiel, was einen oder zweiten Teil haben wird? Und was nach und nach mit Erweiterungen herauskommen wird? Also es wird nach und nach immer wieder erweitert werden. Neue Monster, neue Gebiete, neue Styles, neue Erwachsenen. Wir wollen auch unsere Community hören. Das heißt, dass wir einen Krieg wegkriegen und schauen, was uns ersetzen lässt. Wir wollen das Spiel sozusagen mit euch auch wachsen lassen. Das hört sich ja auch wieder mal ziemlich interessant an. Zum Story-Mälchen her. Hat der Spiel ein Interesse? Oder kann man die auch teilweise selber machen? Und dann sieht der Spiel natürlich die Story verloren. Die Hauptstory ist großer, böser Komit, fällt auf die Welt. Tolles Material, da kann man tolle Sachen und tolle Waffen draus machen. Dummerweise haben sie dann später festgestellt, da montiert irgendwas. Dementsprechend, die Monster verändern sich, werden stärker, müssen bekämpft werden. Das heißt, die Helden ziehen aus und versuchen, wieder Kontrolle freizufliegen. Während des Spiels, trifft man verschiedene Faktoren. Zum Beispiel, die erste Scheibe muss man treffen in Maurea. Da gibt's die Oga, die Rolle. Und da muss man sich dann überlegen, wer von den beiden ist noch sympathischer, kann sich dann für eine Seite entscheiden, was dann das PvP beeinflusst, auf welcher Seite man spielt. Und auch die Geschichte von einem leicht anderen Blickpunkt eventuell erleben lässt. Okay, das wird mich ja auch schon mal ziemlich sympathisch. Ich habe schon ein paar Bilder jetzt gerade eben von dem Gameplay her und von dem Grafisch zu sehen können. Sieht also flüssig aus. Grafisch sehr schön. Wie lange haben Sie denn überhaupt an der Entwicklung dieses Spiels gearbeitet? Oh mein Gott, ich und zwei. Also ich arbeite jetzt an Raiders seit drei Monaten. Als League Community Manager. In der Entwicklung ist es schon etwas länger. Aber ich frage mich bitte jetzt nicht viel lang. Okay. Ja, dann würde ich mal sagen, das sind eigentlich so die Grundlagen, die wir schon mal eigentlich haben wollten. Wir haben viele Informationen über das Spiel bekommen, die ziemlich hilfreich waren. Also Leute, wenn ihr da mit den Spielen Raiders in Geschmack gekommen seid, holt euch die Bilder oder wartet bis das Release erschienen ist. Freut euch auf jeden Fall. Ich kann es eigentlich bis jetzt von den ersten Bildern her nur empfehlen. Ich sage dann Tschüss, Danke, Auf Wiedersehen.